weil wir haben auf die full grandmaster lobby erwischt ich glaube der gegner hat challenger mit drin aber wir sind full grandmaster das ist eine witzige sache hier man am universe item bauen leute ich mach's mal mitnehmen ja mein team ist mental die sind richtig mad auf mich weil ich weil ich sender genommen habe alle leute wenn ich autofill bin ja wenn ich autofill bin und supporter da will ich zumindest ein champion haben der bockt wisst ihr wie ich meine dann werde ich zumindest ein champion haben das spaß macht der krieger noch eine seele wenn ich jetzt schön eine sollte ich noch kriegen oder hallo ich will das so ich bin es so kommt die keine seele mehr raus es kam einfach keine seele raus uff leute ich würde nein das balance das ist halt die problematik oftmals du darfst balancing nicht nur für heilo machen die du musst balancing eigentlich das ist schon richtig dass sie loben sitzen denn balancing solltest du für die lo machen wo die meisten leute drin sind ja du solltest balancing wenn du ein spielehersteller bist ist es am cleversten balancing für die lo zu machen wo am meisten leute drin spielen weil du damit am meisten leute zufrieden stellt ja die leute das ist eine laute mehrheit eine laute minderheit das sind sehr viele leute die aber sehen das game sehr sehr wichtig ist und dementsprechend waren die halt auch rum aber normalerweise um leute glücklich zu stellen müsstest du eigentlich low elo elo dings machen also da wie mehrzahl der spieler ist ich gehe ganz gut so jetzt habe ich diesen skin eigentlich wieso habe ich eigentlich zehn skins auf auf dings und damit leider wird hart abgefahren und top level auch hart abgefahren das nicht gut war unsere unser team war so mental schon naja ich glaube ich soll habe ich auch bekommen das krieg auch 14 stück habe ich das solide hallo ja klar dass wir müssen mal schauen was mit dem clan machen es kommt zwar die zweite season raus aber das vom klaren system ändert sich halt nichts deswegen müssen wir deswegen müssen wir deswegen müssen wir mal schauen ich weiß nicht ob die da noch was richtig anpassen oder so sehr gut wie dann ist so schade drum schade schade sehr gut team war ein guter rom von dem von dem set habe ich in der seele noch liegen sehr gut team wir können vielleicht können wir den tower nehmen sogar glaube können ihn sogar nehmen na der set geht weg können wir doch nicht alles klar die frage ist wie viel gold brauche ich noch für mein mal am juni nah zu viel weil ich hier kommt noch besen insgeheim war das matchmaking balanced ich meine ich habe jetzt das erste game das ist das allererste game in 3.0 ja denn aller allererste game in 3.0 und ich habe eine full grandmaster lobby erwischt ich habe keine emeralds oder so mit drin vielleicht haben sie ja heimlich das matchmaking gedeckt heilo sind die meisten konnte gerade genau und das hat das ding heilo sind halt wie gesagt auch die leute die das spiel sehr sehr viel spielen und denen das spiel sehr im herzen liegt das sind vor allem auch die heile leute weil die das game rein suchten und diese leute beschweren sich natürlich auch wenn das spiel schlecht gemacht wird deswegen sind sie wenig leute aber sie haben laute mehrheit ich soll mir noch mit aber ich bin ja das rest hat unseren jungler getötet leute der fresh hat echt unseren jungler gekillt ich dachte da ohne probleme kriegt dann weg dachte ich ich habe zehn sekunden auf meiner ultimate das war eine gute welt von dem fünf sekunden habe ich naja ist gut job ich werde auf jeden fall meine wo die noch aufwerfen naja ist und die metat getroffen das soll wieder ein kissern sehr sehr gut team body weiß ich gestorben hallo wird stellung habe ich mir nicht angeschaut denn das sind alles leere leere worte sage ich mal junge was geht mit dem es will ab das geben da war die könne nicht einfach so rumlöbeln das ist schwierig ich kann nicht alle hielen aber das sollte eigentlich dafür sterben oder unser ganzes team wird irgendwie vermöbelt muss ich sagen vielleicht verlieren wir auch den first turm auf bot lane ja wir werden alle vermöbelt war komplett dicker fiel für der share button ist erschienen dank für den prime sub im sechsten monat herzlichen dank dafür um ein alert sind geradeaus trotzdem vielen vielen dank natürlich vielen dank für den support wir haben gut geholfen die gegner die werden auch den drag jetzt noch bekommen aber da kann man nichts machen ich habe leider nichts für dich so nämlich mit schild drauf packen komme ich noch raus mit flash vielleicht kam ich noch raus den hat er auch sehr gut dann gebe ich ja mal in die base kurz für den hühnerhof der wird auf jeden fall in den hühnerhof investiert wir sind auf 18 18 hühnerhofs ab schon von einer million hühnerhof wird investiert werden alles anlegen für den hühnerhof keine sorge alles bei so wirklich so also jetzt das ist natürlich ein bisschen mit dem hühnerhof aber ich bin ja auf das twitch geld aktuell nicht unbedingt angewiesen ja also das twitch geld was ich bekomme das ist theoretisch bonus geld was ich bekomme von euch das brauche ich theoretisch aktuell nicht zum leben also macht euch da keinen stress ne und das twitch geld ist tatsächlich das benutze ich für anlage ja das ist alles alles ersparnis das wird nicht ausgegeben alles twitch geld wird nur ist nur ersparnis bei mir aktuell und das renner bot ich kann euch hier die place ganz gut noch weg ich habe leider keine ultime ich muss auch mittel kurz davon ob es dann am ende der hühnerhof ist werden wir sehen aber das ist alles ersparnis bekommst du mehr von youtube oder twitch da habe ich darüber reden wer mir mehr gibt also ich weiß twitch einnahmen darf man nicht liegen ja also ich darf nicht sagen wie viel ich auf twitch verdienen oder was ich wie viel verdienen ich da war zum beispiel sagen was ich auf youtube verdienen und ich weiß nicht sagen darf das weiß ehrlich gesagt nicht so ich habe jetzt sehr viel geopfert dafür wir haben wir kommen sehr sehr gut sehr viel dafür geopfert youtube darf ich sagen ja aber auf twitch darf ich glaube ich nicht und ich darf jetzt nicht sagen wo verdiene mehr oder weniger glaube ich ich mache es aber nicht du kannst auf twitch ausrechnen aber auch nicht immer du kannst auf twitch nicht immer ausrechnen denn verschiedene partner haben verschiedene verträge also manchmal kriegt einen partner glaube ich mehr als ein anderer genau auf youtube ist kein problem ja jetzt kein problem leider ist unser top länder gerät gewidtet glaube ich glaube das gerät gewidtet unser top länder das erste game in 3.0 sehr gut wir haben den rät gewidt dabei aber kein bock mehr ich habe den chat aus aber die flame sich wahrscheinlich komplett weg ich habe leider ein chat aus zum glück habe ich ein chat aus warte der erste game direkt den afk mit dabei es ist ein traum dieses spiel ist ein traum ich sage es euch ich möchte nicht dass er sich bewegt wo der bot geht rein es tut ein bisschen weh weil der weil der dings war der corki war echt nicht so gut wenn wir den alle jetzt fokus ist ja noch down oder aktie endet vielleicht doch nicht das kann jetzt aufräumen oder leute was ist das hier für eine runde ich habe zum glück diesen chat nicht an aber die sind alle ja wir haben jetzt wie gesagt ein lieber dabei der scratch quittet direkt also 3.0 das hat sich nichts geändert das ist grandmaster ja wir haben eine full grandmaster lobby also komplett und wir haben wie gesagt für johol ist ein bot der das game verlassen ich denke die runde wäre komplett winnable gewesen ich meine wir haben so ein starkes late game scaling mit seiner halt und der gegner corki ist halt ein bisschen hart am innen teilweise schwierig erstes game klauen wir sehr alles weit wird damals erleben und wie gesagt das ist ja anscheinend auch keine problematik in diesem game ansonsten wäre es ja angesprochen worden es wurde ja gar nicht angesprochen in patch notes dementsprechend ist das wahrscheinlich keine problematik in waldriff afks etc da ist wohl kein problem hier im game kriegen den top turn ja cork in jackson auch mal ist das late game aber ich denke wir werden wir werden besser denke ich weil der jacks hat wenig der stadt der durch die sette uli wird er sterben naja rennt den runter ich habe fünf sekunden auf links kann aus mehr aufwerfen hier habe ich leider nicht mehr kleiner zeigen immerhin würde jacks genervt naja das war kein wirklicher nerf ehrlich gesagt das war einfach nur eine verschichtung er seitdem immer noch super stark vor allem ist er jetzt sogar ein bisschen besser und es wird auch jacks nicht auf die sideline bringen muss man ehrlich sagen los bot fiora baller die weg aber wir haben so ein gutes scaling wer hätte der hätte die führer nicht geliefert das wäre dieses game auch mal live die runde hier bei der gegner hat auch alle am hart hinten sind holy moly das wäre das easiest game der welt ja wir müssen bauen jetzt machen das zurecht naja gegen erleben wir das wird das wird nichts oder kann ich nicht mehr machen ordentlich haben wir den push der ist bei jetzt für gegner oder wir machen den nicht eigentlich ja die werden jetzt machen die gegner aber kann nichts gegen tun ausrufzeichen patch für patch note infos wie gesagt vier gegen fünf die führer ist gerät schüttet die die fiora das tut weh es sei gerade im bord und der bot spielt obwohl wir gesagt haben der bot soll nicht spielen das finde ich sehr verwirrend wie kann das sein wir haben den bot gesagt er soll nicht spielen und trotzdem spielt er komisch 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 joink geht rags wieder da der bot führer carried wir hoffen wir hoffen dass sie karen wird oder ist ein ganzes team gesnared ich habe geintet sorry team na gut was willst du machen achte die anderen haben auf spielen gedrückt okay alles klar ich dachte die haben alle auf nein gedrückt ich weiß nicht wie wir das hier drehen wollen leute gegner wird jetzt einen dritten drake bekommen denke ich nehme ich mal an die frage ist die haben sich hat wahrscheinlich alle richtig krass beleidigt im chat ne und deswegen ist die afk gegangen es gibt leider keine afk protection oder irgendwie sowas oder remakes oder ich habe ich den kork ich glaube nicht nur der ist zu fett jetzt aber soll es weil ich irgendwie ein spiel finde was mir super spaß macht wo ich denke das hat potenzial oder so kann ich mir schon vorstellen dass ich von bald weg geht klar gg weiter für zeit also wenn sich bald nicht verbessert halte ich auf jeden fall noch mal ein bisschen mehr ausschaut nach anderen spielen alle mittels es geht mir nicht nur um die balance changes ja balance changes sind nicht so die problematik balance changes kann ja immer kommen es geht mir vor allem darum dass matchmaking du flex du nicht angesprochen wurde afk protection wurde nicht angesprochen so was die balance changes sind mir gar nicht so wichtig es geht mir darum dass matchmaking gefixt wird etc und das zumindest erkannt wird dass es ein riesiges problem ist zumindest da dass das erkannt wird das wäre ganz schön